Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer, zu der Lektion, um die es in allem geht, was wir in Raum und Zeit erfahren, nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich? Und hier wird sie geklärt, nicht nur zum ersten Mal, sondern zum wiederholten Male, ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Und was aus meiner persönlichen Erfahrung, bei mir ist es hier halb sieben am Sonntagmorgen und es ist alles nur ruhig, es schlafen noch alle und mein Zugang ist zum einen natürlich die Anwendung der Gedanken, die uns hier gegeben ist und zu sehen, dass diese Gedanken wirklich nicht einfach nur irgendwelche anderen Gedanken sind, von der gleichen Qualität wie meine Alltagsgedanken, sondern dass diese Gedanken nicht nur transformatives Potenzial haben, sondern dass sie meinen Geist im gegenwärtigen Augenblick verwandeln. Und das ist etwas, wo der universelle Lehrplan, den jeder hier durchläuft in seiner ganz individuellen Form, du hast eine ganz, ganz, ganz individuelle Form für deinen Lehrplan, dass diese Momente essentieller Bestandteil sind, wo quasi nichts von außen kommt, niemand anderes da zu sein scheint, der dir dabei hilft, sondern da bist du ganz für dich und da geht es wirklich nur, dass du durch dieses, was in der Bibel das Nadelöhr beschrieben wird, dass du durch dieses Nadelöhr gehst, wo du merkst, hey, es sind wirklich nur meine eigenen Gedanken. Die Lektion gestern hat es gezeigt, ich werde durch nichts anderes beeinflusst, ich tue mir das alles selber an und ich kann durch einen neuen Gedanken, so absurd und unwahrscheinlich mir das auch erscheint, hier alles komplett in mir wandeln lassen und meine Wahrnehmung von mir und von allem wird komplett erneuert. Ich bin erneuert, ich bin auferstanden. Und das ist der eine Zugang, den ich sehr bewusst habe. Es gibt sicherlich noch andere, viele, viele andere, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, weil wir nicht den Gesamtblick auf die Transformation haben aus unserer Perspektive. Der andere Zugang ist meine Liebe für meine Brüder, meine Dankbarkeit für meine Brüder. Weil da was passiert, wenn ich egal wen zulasse, egal in welcher Form mein Bruder auftaucht, es immer ein Geschenk da ist und es ist wirklich egal, wie die Situation läuft. Also da geht es nicht notwendigerweise um liebevolle Situationen, die man oberflächlich als liebevoll bezeichnen würde, sondern es ist wirklich jede Situation mit meinem Bruder, weil in allem ein Interesse und eine Liebe liegt und eine Gelegenheit, Liebe zu erinnern und zu sehen, dass sie jetzt funktioniert. Und wenn das nicht gleich augenscheinlich ist, dass sie jetzt funktioniert, weil irgendwelche alten Ideen hochkommen, alte Lektionen, weil irgendein alter Groll und Hass da ist, der nicht gleich losgelassen werden kann oder Vorwürfe und Missverständnisse und so weiter, so liegt es hinter all dem Liebe. Und mein Bruder gibt mir lückenlos die Gelegenheit, mich gegenwärtig daran zu erinnern. Und diese Lückenlosigkeit, die ich oft erwähne, nennt Jesus, das Fehlen der Ausnahme ist die Lektion. Du bist hier um, ich habe dich erwählt und erinnere dich daran, um dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Bei dieser Lektion gibt es keine Ausnahmen, denn das Fehlen der Ausnahme ist die Lektion. Und in dem Video von gestern oder dem Podcast von gestern habt ihr Ausdrücke oder habt ihr das Lehren von anderen Brüdern gehört. Und das sind Brüder, die mit in dem Hirten des Unbegrenzten sind, ein sechsmonatiges Programm, eine Ausbildung oder ein Ausrichtungsprogramm für diejenigen, die sich für einen breiteren Dienst an sich selbst entschieden haben und diese Form gerne nutzen möchten. Und da ist niemand ein Profi drin. Einige tauchten zum ersten Mal da drin auf, das zu lehren. Und das, was trägt, ist nicht, ich habe das drauf, sondern das, was trägt, ist, ich bin in einer Situation, die unstrukturiert für mich ist, die unbekannt für mich ist, aber ich nutze sie, um mich gegenwärtig auszurichten. Mit dem, was gerade für mich da ist, ganz individuell. Mit den Ideen, die gerade für mich ansprechend sind. Und da der Heilige Geist in dir dich ausrichtet und es nur deine kleine Bereitwilligkeit braucht, funktioniert das immer. Es ist nur ein Moment, und das werden wir auch in dieser Lektion sehen, es ist nur ein Moment, wo es vielleicht unangenehm ist. Wo du sagst, wow, ich fühle mich in mir überhaupt nicht im Frieden, ich fühle mich überhaupt nicht wie der Heilige Sohn Gottes und soll jetzt hier aber diese Lektion anwenden oder soll jetzt hier irgendwie aktiv sein in der Welt und auftauchen. Aber geh für einen Moment mit dieser neuen Idee. Ich bin der Heilige Sohn Gottes selbst. Unterrichte dich neu. Richte dich neu aus. Und lass ansonsten die Finger davon. Führ den Wandel nicht selbst herbei, sondern lass das zu dir sprechen. Erlaube dir, dass du in eine Art von Wandlung kommst, Katalysator kommst, in eine Art von Beschleunigung oder Veränderung in dir, die du nicht überblicken kannst, aber die gut ist. Vor Veränderung hat der Geist immer Angst, weil er es assoziiert mit der Trennung von Gott. Aber diese Veränderung ist nicht noch mehr Trennung, sondern sie ist die Erinnerung daran, dass die Trennung nie stattgefunden hat. Und das ist ein Erlebnis. Das ist eine Erfahrung. Das ist eine Erinnerung an Jetzt. Und jetzt steigen wir ein. Lektion 191. Ich bin der Heilige Sohn Gottes selbst. Hier ist eine Freiheitserklärung aus der Knechtschaft der Welt. Und hier wird ebenfalls die ganze Welt befreit. Wir lesen hier kein Roman. Wir lesen hier kein Schulbuch. Lass dir einen dieser Sätze wirklich zergehen auf deiner geistigen Zunge, auf der Zunge deiner Seele. Hier ist deine Freiheitserklärung aus der Knechtschaft der Welt. Wir bräuchten gar nicht mehr lesen. Ich bin der Heilige Sohn Gottes selbst. Hier wird ebenfalls die ganze Welt befreit, wenn wir hier stehen bleiben. Und wir bleiben hier stehen. Und hören auf diese Stimme von außerhalb, von Raum und Zeit. Und gehen mit dieser Idee. Du siehst nicht, was du dadurch getan hast, dass du der Welt die Rolle des Gefängniswärters über den Sohn Gottes gabst. Wer hätte das gedacht? Ich habe die Welt nicht so gesehen, als hätte ich ihr diese Rolle zugeschrieben. Aber schauen wir genauer hin. Was die Welt mir ständig reflektiert im alten Denken. Du bist auf Schritt und Tritt. Bist du gebrechlich? Bin ich gebrechlich? Kann mir irgendwas geschehen, was unvorhergesehen ist? Kann mir irgendwas weggenommen werden? Ich bin die ganze Zeit der Körper. Das Wetter bestimmt darüber, was ich anziehe. Mein Hunger bestimmt darüber, was ich esse. Meine Konditionierung bestimmt darüber, wie ich die Welt wahrnehme. Und wenn das alles von außen kommt und das sagt die Welt, dann wacht sie wirklich über mein unentrinnbares Gefangensein. Ja, aber ich habe ihr diese Rolle gegeben. Du siehst nicht, was du dadurch getan hast, dass du der Welt die Rolle des Gefängniswärters über den Sohn Gottes gabst. Das bin ich. Das bist du. Du bist der Sohn Gottes. Was konnte sie anderes sein als bösartig und angstvoll, schattenfürchtend, strafsüchtig und wild, jeglicher Vernunft entbehrend, blind und wahnsinnig vor Hass? Was hast du getan, dass dieses deine Welt sein sollte? Was hast du getan? Wenn wir das ein kleines bisschen, ein kleines bisschen unseren Kopf über den Tellerrand der Welt hinaus bewegen, gar nicht mal unbedingt mit dem Kurs, sondern einfach nur durch Vernunft müssen wir uns fragen, wieso diese krasse Welt? Wieso muss das so sein? Und jetzt ein Schritt nach innen. Was hast du getan? Was habe ich getan, damit ich diese Welt als mein Zuhause und als meine Identität wählen sollte? Was hast du getan, dass dieses das ist, was du siehst? Verleugne deine eigene Identität und genau das bleibt übrig. Ach so. Okay. Ach so haben wir das gemacht. Wir haben unsere wahre Identität verleugnet und dann ist die Welt das, was übrig bleibt. Du schaust auf Chaos und verkündest, dass das du bist. Da gibt es keinen Anblick, der dir dies nicht bezeugen würde. Da ist kein Laut, der nicht von Gebrechlichkeit in dir und außerhalb von dir spricht. Kein Atem, den du holst, der dich nicht dem Tod näher zu bringen scheint. Keine Hoffnung, die du hegst, die sich nicht in Tränen auflöst. Und bei aller Ehrlichkeit, bei aller Vernunft, dies ist, was wir hier erfahren. Das ist genau das, was jeder Mensch hier erfährt. Egal, welchen Lebensweg er zu wählen scheint. Egal, wie das aussieht in der Form. Ob du ein gesellschaftlich normales Leben führst. Du hast deine Doppelhaushälfte, du hast deine Mietswohnung. Du funktionierst gut oder funktionierst relativ schlecht. Vielleicht musst du in Therapie oder warst in Therapie. Vielleicht bist du am Rand der Gesellschaft oder darüber hinaus sowohl im, sagen wir mal, materiell begrenzt sein, dadurch, dass du wirklich gar nichts hast oder sehr wenig oder im materiellen Überfluss oder was auch immer. Ich habe ein Gespräch gehabt in einem Zug mit einer sehr wohlhabenden Frau aus einer wohlhabenden Familie und sie sagt am Ende, hast du, egal wie viel Geld du hast, kannst du gegen den Krebs nicht an. Und das ist das Schicksal der Welt. Aber hier ist genau der Punkt, an dem wir eine Lektion lernen können, die uns komplett von jeglicher Idee des Todes befreit. Wer bin ich? Okay, also lassen wir jetzt nicht alle unsere Hoffnungen in Tränen auflösen, denn das machen wir, indem wir unsere Identität verleugnen. Wenn wir das tun, wenn wir unsere Identität verleugnen, dann wirst du der Verrücktheit nicht entrinnen, die diesen wunderlichen, unnatürlichen und gespenstischen Gedanken ausgelöst hat, der die Schöpfung verspottet und Gott auslacht. Verleugne deine eigene Identität und du greifst das Universum ganz alleine an und ohne Freund. Ein winzig kleines Staubkorn gegen die Legionen deiner Feinde. Ja, kennst du das, wenn du mit irgendwas unzufrieden bist, wenn du irgendwo Recht hast und Ungerechtigkeit wahrnimmst und dich als Staubkorn wahrnimmst, dann sind überall deine Feinde. Das passiert, wenn ich meine Identität verleugne. Dann schaue ich auf Böses, auf Sünde und auf Tod und ich sehe, wie die Verzweiflung mir jeden Hoffnungsschimmer aus den Fingern reißt und mir nichts übrig lässt, außer dem Wunsch zu sterben. Das ist nichts Unbekanntes. Das hier ist, das ist das traurige Lied, das wir hier singen. Also es ist Zeit, uns zu erinnern. Was aber ist das anderes als ein von dir gespieltes Spiel, in dem die Identität verleugnet werden kann? Es ist ein Spiel, ohne, wie wir es gestern gelesen haben und gelernt haben, ohne folgenschwere Wirkungen, denn es ist nur ein Spiel und ist bar jeder Wirklichkeit. Denn du bist, wie Gott dich schuf. Irgendetwas anderes, außer diesem einen zu glauben, ist reine Torheit. In diesem einen Gedanken ist jedermann befreit. In dieser einen Wahrheit sind alle Illusionen vergangen. Mit dieser einen Tatsache wird verkündet, dass Sündenlosigkeit auf ewig Teil von allem ist, der innerste Kern seiner Existenz und seine Garantie für die Unsterblichkeit. Die Garantie für deine Unsterblichkeit. Und hier gehen wir in den gegenwärtigen Augenblick. Hier erheben wir uns über die Welt. Es gibt keinen Grund, das weiter zu rechtfertigen. Es gibt keinen Grund, Identitätsverleugnung weiter zu rechtfertigen. Lass nur den heutigen Gedanken einen Platz unter deinen Gedanken finden. Dann hast du dich weit über die Welt erhoben und alle weltlichen Gedanken, die die Welt gefangen halten. Und von diesem Ort der Sicherheit und des Entrinnens wirst du wiederkehren und sie befreien. Denn derjenige, der seine wahre Identität annehmen kann, der ist wahrhaft erlöst. Und seine Erlösung ist die Gabe, die er allen gibt, in Dankbarkeit ihm gegenüber, der ihm den Weg zum Glück wies, durch welchen seine ganze Betrachtungsweise der Welt verändert wurde. Wow. Wow, danke. Ein heiliger Gedanke wie dieser. Und du bist frei. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. Hörst du das Klingeln? Hörst du das in dir klingeln? So abwegig das auch scheint. Das ist das, was in Wahrheit übrig bleibt. In dir ist kein Bedürfnis, sie grausam zu verwenden und daraufhin dieses brutale Bedürfnis in ihr zu sehen. Du befreist sie von deinem Gefangensein. Du willst kein verheerendes Bild deiner selbst sehen, das in Angst und Schrecken durch die Welt geht. Während die Welt sich im Todeskampf verwindet, weil deine Ängste ihrem Herzen das Mahl des Todes auferlegten. Okay, hier ist deine Freiheitserklärung. Sei heute froh darüber, wie äußerst leicht die Hölle aufgehoben wird. Du brauchst dir nur zu sagen. Ich bin der heilige Sohn Gottes selbst. Ich kann nicht leiden und kann nicht in Schmerz sein. Kann nicht Verlust erleiden und kann nicht darin versagen, alles zu tun, worum die Erlösung bittet. Ich kann darin nicht versagen. Du kannst dich auf den Kopf stellen und du kannst nicht darin versagen. Und in diesem Gedanken wird alles, worauf du schaust, gänzlich verändert. Ein Wunder hat all die dunklen, uralten Höhlen erhellt, wo Todesrituale wiederhalten seit Anbeginn der Zeit. Nur durch diesen Gedanken, den du jetzt denkst. Denn die Zeit hat ihre Macht über die Welt verloren. Der Sohn Gottes ist in Herrlichkeit gekommen, um die Verlorenen zu befreien, die Hilflosen zu erlösen und der Welt die Gabe seiner Vergebung zu geben. Wer könnte die Welt als dunkel und als sündig sehen, wenn der Gottessohn endlich wiedergekommen ist, um sie zu befreien? Du, der du dich als schwach und als gebrechlich wahrnimmst, mit vergeblichen Hoffnungen und verwüsteten Träumen, nur dazu geboren, um zu sterben, zu weinen und Schmerz zu erleiden, höre dies. Alle Gewalt ist dir gegeben, auf Erden wie im Himmel. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst. Du spielst das Spiel des Todes, spielst, dass du hilflos bist und jämmerlich an Zerfall gebunden in einer Welt, die dir kein Erbarmen zeigt. Doch wenn du ihr Barmherzigkeit gewährst, dann wird ihre Barmherzigkeit auf dich leuchten und deine Brüder zeigen dir das. Eine kleine Bereitwilligkeit für diesen Gedanken. Du kannst nicht versagen. Es ist alles in dir angelegt. Dann lasse Gottes Sohn aus seinem Schlaf erwachen und ihn, wenn er seine heiligen Augen öffnet, wiederkehren, um die Welt zu segnen, die er gemacht hat. Im Irrtum fing sie an. Im Irrtum fing diese Welt an. Doch wird sie enden in der Widerspiegelung seiner Heiligkeit. Und er wird nicht mehr schlafen und vom Tode träumen. Verbinde dich also heute mit mir, sagt Jesus Christus in deinem eigenen Geist, der Meister, der große Bruder, der innere Lehrer, das Befreite Selbst, nenne es wie du willst. Deine Herrlichkeit ist das Licht, das die Welt erlöst. Halte die Erlösung nicht länger zurück. Es ist wirklich ein Zurückhalten. Du musst dich richtig anstrengen, damit du nicht erlöst bist oder dich nicht als erlöst erfährst. Sieh dich in der Welt um und sieh das Leiden dort. Ist dein Herz nicht gewillt, deinen müden Brüdern Ruhe zu bringen. Auf jeden Fall. Dieses sinnlose Treiben, das sinnlose Lösenwollen von Problemen. Wow. Das jeden Tag dasselbe. Murmeltiertag. Jeden Tag Murmeltiertag. Jahrelang, jahrzehntelang, Jahrhunderte, Jahrtausende. Deine müden Brüder müssen auf deine eigene Befreiung warten. Sie bleiben in Ketten, bis du frei bist. Dieser Fokus liegt auf deinem Geisteswandel. Das ist der Flaschenhals. Wenn ich die Erlösung für mich nicht akzeptiere, sind alle mit mir gebunden. Wenn ich sie akzeptiere, wenn ich sie jetzt akzeptiere, ja komm und wir machen das gemeinsam, du entscheidest dich mit mir hier und mit Jesus, findet hier eine Wandlung statt, die von uns nicht gemacht ist, aber zu der wir zugestimmt haben. Und das ist was Erlösung im Moment als neue Erfahrung von dir und von allem zeigt, wo alles in deinem Geist so gewandelt wird, dass keine widersprüchlichen Elemente auftauchen, sondern dass das Widersprüchliche einfach nur ausgerichtet wird, als es gibt nur einen einzigen Willen und eine einzige Funktion, die hier überhaupt ausgeführt wird. Viele Worte, aber in diesem Moment liegt die Erfahrung da drin. Meine Brüder bleiben in Ketten, bis du frei wirst. Sie können die Barmherzigkeit der Welt nicht sehen, ehe du sie nicht in dir gefunden hast. Sie leiden Schmerz, bis du dessen Macht über dich geleugnet hast. Sie sterben, bis du dein eigenes ewiges Leben annimmst. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. Erinnere dich daran und alle Welt ist frei. Erinnere dich daran, dann sind die Erde und der Himmel eins. Vater, wir geben dir diesen Tag. Welche Wunder sollen wir heute wirken? Nun, nur diese will ich wirken. Und lass mich meine stündliche Erinnerung an diesen Gedanken mit dir verbringen. Ein bis zwei Minuten, jede volle Stunde mit diesen Gedanken. Ich segne dich. Wir sehen uns in diesem Moment.